Yo Leute, erstmal hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawn Guard Ja, in der letzten Folge musste ich hier ein bisschen viel kämpfen, aber der Kampf ist gewonnen Und dieser Troll, der war jetzt auch nicht so wirklich ein Problem Mir schien einfach, dass die Fähigkeit, die Fähigkeit zum Energieabsaugen einfach irgendwie immer schwächer wurde Bis irgendwann eben, ähm, ja, bis ich irgendwann wechseln musste in die Normalform, um noch Schaden zu machen Der Troll war es, aber er war doch nicht so stark Das war ein Beschworener einfach auch Oh, ich sehe gerade, es gibt neue Äxte mit den Dämmerwacht-Sachen Mal sehen, 5% für Minderstand durch Vampirangriffe und den sauberen Leben entziehen Ah, okay Kein Wunder, dass sie so stark waren dagegen Nun müssen wir nochmal hier kämpfen, gegen Warnik Und gegen diesen Warnik hier Und wer auch immer das ist Einfach nur ein normaler Dämmerwachtler So, ich sollte gleich gewonnen sein Lass mich doch mal bitte in Ruhe Nur mal einen Moment, ja? Doch Lass mich nur einen Moment in Ruhe So Ich liebe Feuerschauber Sehr schön Danke Serana Bam So Man soll nicht versuchen, mich zu überwinden Das geht nur schief Was? Achso, der da Leise Kaiserlicher Wo ist dieser Dämmerwachtler hin? Ich habe doch irgendwo hingeschossen Ach, egal Achso, der Dämmerwachtler ist Da Das ist der Dämmerwachtler Und wo ist der andere? Ja So Oh, ein E-Märzpferd Nehme ich gerne mit Ork ist der Bogen der Flammen Mhm Mhm Schöne Sachen zum Verkaufen Und nun Markus Du hast dein Das, was wir hier wohl brauchen Zum Beispiel Gegrillte Hühnerbrust Hm Nehm ich mit Kann man verkaufen So Ich muss alles haben, was ich brauche Und jetzt Wo muss ich hin? Da oben Okay So Ja Ich hatte ja in Einer der letzten Folgen gesagt Dass die nächsten Folgen ein wenig kürzer werden Ja Stöhne hier nicht rum, du Ja Und Ja Da will ich mich jetzt auch dran halten In den letzten Folgen habe ich das nicht so gut hinbekommen Aber mein Meister ist tot Wer ist da? Seine Feinde werden dafür bezahlt Hä? Ah Ich muss ihn besiegen Er ist gebannt Okay, deswegen muss ich ihn besiegen Schade Er hätte uns nützlich werden können, aber Ach Ne Äh Vampirverführung Was war das noch gleich? War das nicht hier irgendwie? Ah Verzeihlich habe ich gerade irgendwie was falsch gemacht Moment Gehen wir erstmal das ganze Logisch an Verwangen wir uns erstmal zurück Zurück verwandeln bitte Er bleibt ja am Boden Seinbar Das heißt wir haben alle Zeit der Welt Ähm Das war bei Kräfte, oder? Ja, genau Sehr schön Und Kräfte verwenden wir ja auf Y Sehr schön Nähere dich vom Moddenpriester Nähere dich vom Moddenpriester Um ihn zu deinem Diener zu machen Sehr gerne doch Okay Hier auch wieder Moment Ähm Magie Kräfte Oder? War das Da? Hm 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 Achso, klar Nähern, ja Bei manchen bin ich einfach ein bisschen Bei manchen Sachen bin ich einfach ein bisschen verpeilt Aber Ihr seht ja Ich hab's hinbekommen Hm Nam 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 Befehl ihm zu Burgfarki her zu gehen So Befreit Mich Nein Wie den Göttlichen Als wären meine Augen geöffnet worden Hm Ich bin vom Licht eurer Herrlichkeit ganz geblendet Ich Ich muss euch gehorchen Was soll ich für euch tun, Meister? Du hast keine andere Wahl, als mir zu gehorchen, Alter Äh Geh zur Burg Natürlich Wo kann ich diese Burg finden? Vor der Nordküste von Himmelsrand Dann mache ich mich sofort auf den Weg Na, was anderes hätte ich hier auch nicht gestartet Gut, dann gehen wir los Gehen wir zu Harkon Berichten ihm von unserem Erfolg hier Sehr schön Wir haben die Aufgabe gelöst Erfolgreich Zu aller Zufriedenheit Und dementsprechend können wir uns jetzt zur Burg aufmachen Zur Burg aufmachen Hust Da oben muss ich lang So Ja, und wir können Ja, da rennt er auch schon Wir müssen ihm eigentlich nur folgen Wie gesagt, es tut mir leid, dass Na, ich hab's nie gesagt Also In dieser Folge noch nicht angesprochen Also, wieso sag's dann Wie gesagt Vielleicht einfach deswegen Weil ich mich daran erinnere Es schon mal angesprochen zu haben Nun Was ich sagen wollte Es tut mir leid, dass es im Moment nur Ein Video pro Tag gibt Aber Videos sind recht groß Und ich hab nicht viel Zeit gerade Bei Wie haben eure Befehle Das weißt du doch Du Narr Also geh Und steh mir nicht meine Zeit Ich reise jetzt erstmal nach Einsamkeit Um etwa Möglichstes Ja, um erstmal Ein bisschen was zu verkaufen Punkt Vielleicht muss die Zeit noch ein bisschen Ja Ich muss erstmal 10 Stunden Nein, 12 Stunden warten So Puh In der Zeit muss ich erwähnen Ähm Ich weiß gerade nicht Wie weit wir sind In der Dawnguard Quest Reihe Aber ich kann sagen Dass Es nicht viel gibt Dass wir sogar schon recht weit sind Ja, normalerweise Mir schadet das Licht ja Das Sonnenlicht Aber ich muss Hier hin Ich muss ja Bei Tag hier sein, weil Die Händler haben nur bei Tag offen Mag sein Dann handele Dann verkauf ich dir mal meine Schätze So Waffen Das Ebenertschwert Wollte ich Eigentlich verkaufen Und so Naja Ihr seid im Kram mit Schauen Jederzeit Dann verkaufe ich Eben Das Schwert Bei Äh Wie heißt der noch gleich? Bayrand Genau Bayrand Der Schmied hier Läschen Die besten Waffen und Rüstungen Okay Übrigens Das ist ja ein Hauptthema von Skyrim Der Bürgerkrieg Und ich habe mich noch für keine Seite entschieden Einfach deswegen, weil ich weiß nicht Keine Ahnung warum Einerseits will ich nicht Dass der Ja ja Gehen wir Ich habe Ich muss einfach nicht Das Obwohl näher Das kann ich nicht verraten Ich hätte fast gespoilert Aber das darf ich nicht Ihr wollt ja vielleicht auch noch die Bürgerkriegsmissionen machen Fakt ist Es geht mir Gar nicht mal darum Ähm Welche Seite Recht hat Es geht mir einfach nur Ums Gameplay technische Und ich will einfach mal gucken Welche Seite die bessere Belohnung anbietet Wenn sie die beiden Wenn sie beide das selber anbieten Dann Ist es mir egal Harkon Da ist der Priester irgendwo Wo auch immer er ist Hm Ja Das sehe ich Ich hoffe seine Gefangennahme war nicht zu schwierig Nein Nur ja Die Dämmerwacht war dort Ich wünschte ich wäre dabei gewesen Und hätte den Klang ihrer Schreie gehört He he Euer Diener wartet Und wir haben ihm die Schriftrolle der Alten gegeben Gut Befehlt ihm sie zu lesen Und lasst uns gemeinsam die Worte der Prophezeiung hören Das schwere dich Da ist der Priester Die Politik langweilt mich furchtbar Meister Ich bin wie befohlen hierher gereist Ich habe einen neuen Ich habe einen neuen Auftrag für dich Natürlich Was soll ich für euch tun Ihr muss eine Schriftrolle der Alten lesen Ah richtig Die Schriftrolle der Alten Ich muss zugeben Ich freue mich schon darauf Dann möge die beginnen Meister Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten Ich muss mich konzentrieren Er sagt ruhig In das Reich der Menschen zurückkehren Wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen Werden Nacht und Tag eins sein Die Stimme wird schwächer Ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt Doch wartet Es gibt noch mehr Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben Ich glaube die fehlenden Teile der Prophezeiung Wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten Ja Ich kann sie jetzt sehen Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes Meine Vision verblasst Und ich sehe nichts mehr Um die komplette Prophezeiung zu kennen Brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen Wir brauchen noch mal zwei weitere Na super Seit ich hier lebe Es war Nicht so nützlich wie ich es gewünscht hätte Naja Wisst ihr wo die anderen sein könnten? Meine betrügerische Frau hat eine davon gestohlen Und ist danach verschwunden Die andere ist nach meinen letzten Informationen In den Tiefen einer Twemer Ruine verschollen Mir scheint unsere Arbeit ist noch nicht getan Doch wir sind unserem Ziel so nahe Und ich habe so lange gewartet Da kann ich auch noch etwas länger warten Gut Abgeschlossen Prophet Begonnen dem Echo nach Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion Er sagte, wir brauchen zwei neue Schriftrollen der Alten Ich glaube ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können Drache, Blut und Ja, Drache habe ich Das heißt, wir müssen nur eine Schriftrolle finden Denn die Schriftrolle Drache habe ich ja Das ist ja die Schriftrolle Die wir haben Also die wir in der Hauptstory bekommen haben Hm, wie haben wir sie nochmal bekommen? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder Ungefähr Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ich wollte nicht, dass dieser Haufen Wind davon bekommt Ganz besonders nicht mein Vater Hm Was ist zwischen euch beiden passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen Haben wir uns voneinander entfernt Hm Hm Wo ist die? Wir müssen meine Mutter Valerica finden Ah Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich Das wäre natürlich gut Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen Aha Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde Mehr wollte sie mir nicht sagen Okay Aber wie sie es sagte Dort, wo er nie suchen würde Sehr kryptisch Aber es war ein Hinweis Hm Klingt fast, als wäre sie einfach vorsichtig gewesen Vielleicht Was ich nicht verstehe Warum hat sie genau das gesagt? Hm Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein An dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit Irgendwelche Vorschläge? Tja, ähm Mal sehen Was meint ihr, Leute? Eingesperrt? Bei der Dämmerwacht verstecken? Vielleicht das? Ich bezweifle, dass Mutter ihre Zeit mit diesen Dummköpfen verschwenden würde Sie hätten vermutlich versucht, sie umzubringen Und so etwas belastet zu ziehen Sonst noch Vorschläge? Hm Wie wäre es genau in der Burg? Moment Das ergibt fast einen Sinn Fast Ich habe meiner Mutter dabei geholfen Das ist fast logisch Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte Weil er ihm zu friedlich war Hm Auf jeden Fall Rieskant, ne? Das ist, äh Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden Aber ein Versuch ist es wert Ja, schauen wir mal Vertraut mir Ich habe hier sehr lange gelebt Und ich kenne jeden kleinsten Winkel Gut An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht Über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg So gelangen wir hinein Okay Na los Sie ist gleich um die Ecke Gut Aber bevor wir losgehen Und nach Seranas Mutter suchen Äh Werde speichern Und die Folge beenden Denn die Aufnahmeseite ist rum Und ich hoffe Die Folge hat euch auch wieder gefallen Wie die anderen davor Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Das wieder heißt Let's Play Skywim Dog Art Bis dahin Leute Und tschüss Bis dahin Leute Bis dahin Leute Bis dahin Leute Bis dahin Leute